Am 21. April 1918 wird der legendäre deutsche Jagdflieger Manfred von Richthofen in Frankreich hinter feindlichen Linien abgeschossen. Obwohl der Veteran viele Luftkämpfe schon mehrere Abstürze überlebt hat, würde er dieses Mal nicht zurückkehren. Es war der letzte Flug des Roten Barons. Nach 80 Luftsiegen ist der rote Flieger Richthofens zum Mythos geworden. Der Anführer des Flying Circus sieht Furcht in den Reihen seiner Feinde. Doch der Erfolg im Kampf hat Richthofen gezeichnet. Gegen Ende des Krieges zieht sich der 25-jährige zunehmend zurück. Am 21. April 1918 jagt der rote Dreidecker einem jungen kanadischen Piloten nach. Unbeirrt verfolgt Richthofen sein Ziel. Als sie die britischen Linien überqueren, eröffnen australische MG-Schützen das Feuer. Eine Kugel trifft Richthofen. Er schafft es noch seinen Flieger zu landen, verstirbt jedoch kurze Zeit später.